Genau, für die, die es interessiert, da erzählen wir von unserem Marrakesch-Urlaub. Nicht, dass ich sagen will, guckt euch unsere YouTube-Dinge an. Aber tatsächlich, der Urlaub, also, der war richtig geil. Sonst kaufe ich noch eine dritte Vlies. Hey, ich sag mal so, ich bin normalerweise die Letzte, die jetzt sagt, wenn ihr hier donaten wollt, dann gibt es geile Sachen dafür. Aber aktuell freuen Sie hier und ich schon jeden Euro und da fließe ich euch auf einen verdammten Namen. Duh. Ich habe statt Kaufkacken gelesen. Also, wenn Fürst die Fliesen kackt, mache ich mir Sorgen. Da habe ich die Stücke in PS Grieger erreicht. Ich ziehe da ja jetzt erst so November, Oktober, November ein. Und dann kann das ja Stück für Stück gemacht werden. Also, das ist, also, ich sag mal, die Donation Goals, das da eigentlich da oben in der Ecke ist, das wird nicht verschwinden, ne? Das wird auch da bleiben, weil wir werden lange viel sanieren müssen. Und da kommen dann Stück für Stück diese schönen Steinfliesen hin. Also, von daher. Nicht so vertrauenswürdig. Ist vielleicht besser, Nano. Man sollte generell alkoholisiert, ähm, müsste eigentlich so irgendwas haben, wo man, was man am PC steckt, so ein Pusten, ne? Und dann so das Ding sagt, du pustest so rein, oh, du bist alkoholisiert, darfst nichts kaufen. Das ist ja verdammt gut. Das ist ja verdammt praktisch. Das wären dann zu viele Ballaststoffe. Auf der anderen Seite wären die Ballaststoffe dann raus, ne? Ein Pustifikator. Ja, tatsächlich. Gab es nicht mal sogar so? Oder hat, irgendwann habe ich mal sowas gelesen. Hat das jemand vorgeschlagen? Oder ist es so ein Deckdinger? Ja, Belia. Ja, Belia. Ja, Belia. Ja, Belia. Ja, Belia. Hör mal. Jetzt sag mal hier. Einfach ausm quasi fast Lurk. Jetzt kann ich es nicht in mein Handy eintragen. Also muss ich es. Ich hole mal einen Stift. Liebe, liebe Dank, Belia. Deine Fliese. Das YouTube ist da drüber, was? Was? Aber ich sehe das. Der Alert war hier. Der war direkt hier neben mir. Hier neben mir war der kleine, ähm... Das kleine Croissant war das. So habe ich es doch auch gesehen. Belia, vielen Dank. Mensch. Warte, ich suche einen Stift, damit ich deinen Namen direkt... notieren kann. Ich habe so viel Scheiß hier, ne? Aber keine Stifte. Wo sind meine Stifte denn? Oh, ich habe einen Stift. Okay. Okay, Cero muss es... Ich schreibe es Cero kurz. Danke schön, Belia. Und natürlich bekommst auch du deine wundervolle Fliese. Du darfst dir aussuchen, ob du einfach nur Belia oder Belia 166 möchtest. Das sei dir... Ich schreibe es dir mal Cero. Belia...